I'm not alone Moment Brennt erstmal hier das Holz am Haus ab Soll'n der Scheiß Da ist Steine Das funktioniert sogar tatsächlich Wenn du sowas in echt hättest, ne? Ja Auf der rechten Seite Lava und du gehst jetzt hier so Nimm der Lava entlang Was denn nix? Halt die Fresse, ich hab dich gesehen Mein Haus hat Fenster Chris, ich hab das Gefühl, dass das sowas von schief geht Ich hab das Gefühl, dass GSG heute noch ein ganz schlimmer Unfall passiert So, rein zufällig natürlich So, ich hab hier den Lava-Strom jetzt abgestoppt Ja, ich seh es und ich hab den hier vorne gestoppt Das ist gut Nein, 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 nein Das gibt's doch nicht Warte Bleib da stehen, wo du bist Was soll Warum verbrennt ihr denn ständig? Was macht ihr denn da? Ihr könnt auch um die Lava rumbauen, ne? Das wisst ihr Ah Nick Nein Oh, die Lava ist futsch Wow Nick Nein Nick Also der Chris und ich, wir stehen im Dunkeln Ja, es war grad stockduster Und der hat mich mit irgendwelchem roten Zeug bespuckt Okay, das kommt komisch Ja Irgendwie schon Oh, und jetzt Oh 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 Oh, geil Ich sehe schon krank im Finger Ja Oh 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 Was Haben wir fertig? Ja Komm, geh mal hier, hier müssen wir lang, ne? Ja Ähm Mhm Ja, die müssen weg Oder so Ach du Scheiße Ähm War was? Oha Das Feuerwerk ist konfisziert, GSG Ja Hier Äh Ich hab keine Axt Ja, super Wer war das jetzt? Ja, dann sollten wir vielleicht Den halben Wald ab hier Und mein Haus noch dazu Das kann doch nicht wahr sein Wir sollten Äh Zombie Zombie Geh, GSG, wenn du mir sagst, was du dabei hattest, dann kriegst du das wieder Abgesehen vom Feuerzeug Ey Hoffenweise Werkzeug Ähm Chris Wo ist er denn jetzt? Ja Das Feuerzeug ist mir Da hinten Da, links von dir Jetzt hinter dir Jetzt hinter dir Feuerzeug kannst du es tiefstern Ergeben Doch, wenn du dich umdrehst Ja, da Nein Stell dich mal in die Mitte Nein Stopp Da, genau Kartoffeln Ja, ich hatte glaube ich auch noch ein Eisenschwert dabei Wir sollten vielleicht mal einen Weg hier raussuchen Sag mal, Nick Die Kartoffeln kriegst du jetzt einfach auch mal Ja Warum denn auch hast du nicht? Warum denn auch hast du nicht? Ja, nehmt ihr mein Feuerzeug Das bist du Jetzt wollen wir und ich Ich hab dem das nicht erlaubt, ne? Ja, ich merk das Warte Wollt ihr helfen, komm Ja Wer hat das wohl Stibitz? Ja, aber kommen wir denn da unten irgendwo raus? Wer hat Stibitz? Ja, klar Ja, also Die Sache, du Was hält dir ein? Aua Ach, hier ist auch noch Eisen und alles, Alter und wir haben keine Pickaxe dabei Ich weiß gar nicht, weil ich alles dabei hatte Äh Ich weiß nicht schlimm Ich kann ich nachgeguckt haben Ich glaube, das dürfte es aber größtenteils gewesen sein Ähm Chris Äh 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 Ihr braucht Schienen? Ich hab gerade zwei von Schienen gefunden Ähm Wer von Steve? Nein Hast du ne Box Hier ne 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 Truhe hier unten hingestellt irgendwo? Ne, das ist von nem Spawner wahrscheinlich Aber, aber GSG Ich würde dich bitten Ein bisschen mehr zur Erfahrung zu sammeln Dass sich das auch lohnt, wenn ich dich töte Schienen! 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 Belk Was denn? Aus Prinzip nicht Mach das jetzt So, jetzt Heuchleitern Mach das jetzt mit dem Schwert drauf geschissen Weißt du, du brauchst Leitern Ja, ich brauch Leitern Hab welche? Ich hab selber welche Ich hab aus, wo sie den drei Stacks von gemacht Weiß nicht, was ich an der Anfang soll Äh, Chris, wir finden hier niemals wieder raus Noch ne Kiste Die leer ist Ja, die hab ich leer gemacht Achso Ja, und wie kommen wir zum Teufel jetzt hier wieder raus? So, Leitern läuft Kannst du das nicht aufmachen? Ne, ne Hier ist auch Gold Oh, ein verzauberter Buch kann man nicht aufmachen, ne Was denn? Verzauberte Truhen? Verzaubertes Buch Ne Hast du ein verzaubertes Buch gefunden? Ja Wie geht's dir denn? Soll ich jetzt mal provisorisch hier hin Ähm, Leute, wie definieren wir noch Ähm, seit du anwesend bist, nicht mehr so gut Aber ansonsten ist alles in Ordnung Wie haben wir nochmal Notfall teleportieren definiert? Kommt der dann nicht mehr raus? Hilfe! Hilfe! Ich glaube nicht Warum Warum denn nicht? Achso, bin die Zombie Linke durch Oh, das ist so wichtig Alles gut Da sind Schienen! Ja gut, ich meine, im Notfall könnt ihr euch auch hochbuddeln Ahaha Ja, das Das haben, das, ja, das müsst ihr auch machen Haben wir aber auch gemacht Ja, was ihr gemacht habt Wir haben auch mehr gemacht als nur Ja, wenn müsste sich auch nur einer irgendwie TP'n und Äxte und Spitzhacken besorgen Wir haben hier so viel und wir haben nichts mehr zum Graben Achso Also wir haben hier Gold, wir haben Eisen, Redstone, Kohle Aber keiner hat mehr eine Spitzhacke Und wir sind so tief unten, dass wir uns auch nicht mehr hochbauen können Oder hochbuddeln können Wie geht's aus? Weg suchen Ausweg suchen, dann wieder reingehen Naja Wie ging der Befehl nochmal? Slash Slay, ne? Ja, richtig Gut Alter So, das passt jetzt schon mal Jetzt muss ich gleich an das Dach Aber das möchte, nein Ich will nicht das Dach bauen Das ist so schwer Chris, TP' dich mal zu Nick Okay Und dann gehst du runter durchs Haus, zur Mine, wo unsere Boxen und so sind Und wenn du da bist, sagst du Bescheid, dann TP' ich mich da hin Wir müssen uns Schilder bauen, auf jeden Fall, damit wir wieder rausfinden Chris hat jetzt direkt die Hausbesichtigung inklusive Ja, das ist gut Warum sind da die Skelette? Das Beste ist, als ich gerade nach hier gespawnt bin, weißt du, ich bin die Leiter untergerutscht So, okay Ähm, Steve, brauchst du Schienen? Äh, nee, ich hab selber 5 Stacks Also reicht erstmal Okay Mach ich jetzt oben das Lager hin oder unten? Das Lager Frage ist, was mach ich unten hin? Ich hab nur was auf Lager Hilfe, auf Oh, ich glaub ich Röfen und so ein Zeug hin Und Werkbänke Tausche Alkoholsucht gegen Liebe Sagst du mir, wenn du unten bei den Truhen bist und beim Ofen? Ja, sag ich ja Bescheid Hier unten rumpelt wieder irgendwas Will die dumpeln? Ja, es rumpelt Äh Wo war der Weg denn? Mach ich das direkt oben hin Ah, hier Ah, ich könnte mal hier das Wasser wegbauen, ne? Das nervt nämlich ziemlich Ah, schon besser Hehehe Du bin da Alles klar So, jetzt erstmal Gold einschmelzen Redstone ablegen Oh, du hast ging Liebe Oh, danke Boah, haben wir Kohle ohne Ende, ey Ja Hammerhart Kannst du oben noch Holz holen, dass wir noch Stöcke machen können? Ja Schienen Eisen Was hast du denn? Ja, lese mal Hier ist Geber, du hast wieder angestellt Du hast durch den Wald gegangen Er war wahrscheinlich wieder böse Heiße Angelegenheit, was hast du gemacht? Wir haben ja nur noch Holz, Major Ach ja, ist okay Hast du, äh, hast du Hast du Hast du Gold? Ähm Gold ist grad im Ofen Äh, sonst nach Eisen oder sowas, was man schmelzen kann? Deswegen hab ich den zweiten, äh, Ofen eingebaut Äh, ja, Moment Kommt sofort Ähm Brennt Gut Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht Ach ja, ich wollte ja mit geschmolzenem Eisen Da warte ich jetzt noch, bis das andere Eisen fertig ist Äh, Eisenspitzhacken machen, ne? Aber wir könnten gleich mal ans Tageslicht gehen Ich will mir auch mal Nix Haus anschauen Dann könnten wir nämlich von hier unten mal die Ressourcen mit nach oben nehmen Ja, so eine extreme Attraktion ist das jetzt nicht Ist doch nicht schlimm Aber ich will dir auch mal bei Steve und DSG vorbeischauen Was ist? Krieg hier gleich einen Kellerkoller, ey Was ist, was ist, äh Geht gar nix an Hm, ne, wobei das Ja doch, irgendwie schon Nein, irgendwie nicht Was gefällt dir nicht Ich bin zu lange hier schon unten in der Mine Das gefällt mir nicht Das muss ich ändern So, Leiter geht nämlich Hier hoch So, können wir nämlich die Ressourcen hier schon mal mitnehmen Äh, wie macht man nochmal, äh, Kartoffeln kann ich in den Ofen legen, ne? Ja Ja, mach ich nämlich mal, bevor die schlecht werden Ähm, bringen wir erstmal Ressourcen nach oben Steinachs, weißt du, braucht eigentlich kein Mensch Nehmen wir aber trotzdem mal mit hoch Ich lass, ich lass zwei Stacks Kohle und Möhr-Kohle hier unten, ne? Ich bin hier schon wieder so vertieft, dass ich vergesse zu trinken, ey Das ist schlimm Ja, kenn ich Irgendwann trockne ich noch aus wegen Minecraft Aber ich könnte noch Fackeln bauen Ist ich scheiß sicher Okay, es geht? Ja, bitte Ja, komm her Da bist du Oh Sind jetzt noch Sind jetzt noch mal 83 Fackeln hier unten in der Truhe Hör mal dank Darf du das alles hochzubringen, oder? Jawohl, das passt Ja, Moment Du musst abnehmen Ja, ich leg hier noch Fackeln in die Truhe Damit wir Da sind ja Ja, lass Fackeln und so auf jeden Fall hier unten Also, was wir so mitnehmen, äh, was wir nicht für die Höhle brauchen Redstone, Gold und sowas Ja, was essen am besten hier, lass uns in Karotten am besten was mehr reintun Ja, ich lass die Kartoffeln, äh, die Ofenkartoffeln lass ich gleich auch hier Und das Eisen, das bleibt auch hier unten Wobei, das werde ich jetzt erstmal verarbeiten Eins, zwei, drei, eins, mhm Mach jetzt erstmal für jeden drei Eisenspitzhacken noch Ja Äh, dieser Moment, wenn man keine Stöcke mehr hat, ne? Äh, Mario? Ja Seid ihr bei euch unten in der Höhle drin, oder bei Chris reingegangen? Äh, ne, bei mir Okay Och, hier fängt schon wieder ein Skelett an zu schießen Wüsste Da bist du, du blöde Sau Äh, Chris? Ja? Äh, jetzt brennt das wie verrückt hier, weil's, weil's brennt Hier, eine Eisenspitzhacke Kann ich die Knochen haben? Kann ich die Knochen haben? Kann ich die Knochen haben? Zwei Eisenspitzhacken, drei Eisenspitzhacken Ist leider nur einer rausgeploppt Ja Geil, wir haben mal dankt Ne, wir haben drei Hallo Wuhu 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 Wuhu